Hallo ihr Lieben und Willkommen zurück bei World of Warcraft. Ja, und wir gehen dem Ende zu, denn das gesetzte Ziel Stufe 100 ist erreicht in der letzten Folge. Und wir werden aber jetzt hier trotzdem diesen ganzen Kroggelkram hier noch abgeben. Ähm, wo ist denn? Äh, Flugmeister, hier. So, dann werden wir mal eine Runde fliegen und zwar mal darüber. Ich weiß, ich könnte jetzt auch reiten, aber hey, ich bin 100. Ich hab's verdient. Ich hab's mir verdient, die 4 Meter hier zu fliegen. Mann. Gott, das war jetzt wirklich gleich um die Ecke. Ja, egal. Egal, Hauptsache, ich bin da, ne? Und er ist immer noch bei mir hier, der Arthalus. Das ist cool. Aber, ihr Lieben, jetzt hat mich der Bitsmir, der Goodsbeak, immer diese X. Der Goodsbeak, Mann. Der hat uns jetzt das ganze Spiel durch begleitet. Da wäre es ja unfair, wenn wir ihn jetzt im Sack lassen, ne? So, mein Freund. Hier hast du das Horn, Le Horn von Banta. Und dann geht's hier drüben bei Troll weiter. Danke, das weiß ich. Überreste von Tela. Aha. Ach Gott, guck mal, hier hab ich überall was angefangen. Und mal wieder nix fertig gekriegt. Aber, hey. So ist das. Ich hatte ja überlegt, ob wir uns das Ende von Garrosh Hölschrei noch anschauen. Aber wahrscheinlich hier nicht mehr. Nee, wahrscheinlich nicht mehr. Es passt mir nämlich eigentlich gerade ganz gut, dass wir jetzt hier auf 100 sind. Und ich mein gestecktes Ziel erreicht habe. Weil ich ja doch noch ein paar andere Sachen laufen habe. Und im Moment mal wieder nicht so richtig hinterherkomme. Wo fliege ich denn jetzt hin? Das ist hier die Frage. Äh, ist da eigentlich noch da drüben? Ich müsste eigentlich darüber, oder? Ich gehe erst mal nach hier. Thron der Elemente. Könnte, äh, würde. Könnte, würde, hätte. Wo ist denn jetzt schon wieder? Ah, hier. Oh, Mann, ey. Dann, äh, ja. Fliegst du mich mal hier rüber? Auf, Mann. Zum Thron der Elemente. Da hätte ich nämlich auch noch was abzugeben. Ja, ja. Der Goodspeak hat mir manchmal ganz schön Sorgen gemacht. Aber der Wichtel war tapfer, wie immer. Auch wenn ich die ganze Zeit an ihm rumgemäkelt habe. Da hat er sich jetzt erst mal seinen Urlaub redlich, redlich verdient, denke ich. Dann können wir irgendwann mit neuen, vereinten Kräften wieder in ein neues Abenteuer uns stürzen. Da kommt doch bestimmt noch ein Add-On. Da bin ich mir sicher, auch wenn sie vor dem letzten Add-On schon gesagt haben, es gibt kein W-W-W mehr. Ja, von wegen. Glaubt er selber nicht. Bei, das glaubt er doch selber nicht. Da kommt noch mindestens ein Add-On. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. So, wir sind da. Äh, du. Du, hier, ich. Jawohl. Das Schicksal von Goddard. Und da ist das Herz des Zorns. Wunderbar. Okay. Kriege ich noch ein bisschen Kika-Kohle. Finde ich gut. Äh, da. Wer ist da? Was kriege ich denn bei dir? Oh. Oh, 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 oh. Einen Stab. Äh, das, äh, ist interessant. Auch wenn vieles verloren ist, spüre ich Frieden unter den Elementen. Ja, das freut mich. Schön. Aber das sagst du auch jedem, ne? Kann das sein? Äh, so. Oh, jetzt haben wir das hier oben auch abgegeben. Äh, da haben wir übrigens noch Grabmorast. Der kann mich mal an den Füßen knutschen. Und eigentlich würde ich jetzt ganz gerne da noch hin. Findet dem seine komische Freundin. Oh, da müssen wir hinreiten. Uah, so aber nicht. So aber doch nicht. Hm, jetzt muss ich irgendwie wieder hier klarkommen in der Ecke. Ich muss doch schon zehnmal verlaufen. Verfahren. Was auch immer. Ach, guck mal hier, die olle. Eisenfalle habe ich auch noch im Gepäck. Das Grollhuf-Lasso-Gottel. Ich könnte ja mal einen Seelenbrunnen erschaffen. Ach, 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 ach. Gorenverkleidung. Na dann. Äh, was gibt's denn hier zu tun? Ach so, das waren die Wiesentrampler herbeilocken. Loggen. Oh, der Fakte und Gedönse. Ach so. Okay. Nö. Jetzt nicht. Ich will abgeben. Ich will abgeben. Na, na. Ich wollte gerade sagen, keine Viecher hier unterwegs. Kann ja nicht wahr sein. Glaubt ihr das selber nicht? Mh, mh, mh. War ja da still. Ah, ja. So, wo ist denn der Haini? Hier. Da. Wo ist denn hier da? Gott, die ganze Minimap da ist hellblau. Mach mich ganz nervös. So, da ist er. Äh. Was rachsüchtig. Sie sind aus dem Nichts aufgetaucht. Aus dieser Richtung. Das Mädchen zeigt unter Tränen ungefähr in westliche Richtung. Sie waren auf ihren bösen Wölfen. Bitte, Kommandant. Die Ehre meiner Familie steht auf dem Spiel. Würdet ihr sie für mich rächen? Tötet Workhaupt den Wilden. Ich nehme das mal an. Wo ist denn der? Ist der weit von hier? Nö. Gar nicht mal so, ne? Guck mal. Workhaupt der Wilde. Das könnten wir der Kleinen hier doch nochmal. Vielleicht. Ich habe ja noch Zeit. So ist das ja nicht. Wir haben es ja nach wie vor nicht eilig. Könnten wir doch der Kleinen nochmal den Gefallen tun und es hier auf den Workhaupt stehen. Da ist doch schon sein Lager. So, wo ist er denn? Da oben. Natürlich. Steht oben auf dem Berg. Wie komme ich denn an den mal am besten ran? Ohne, dass ich mich über alle her machen muss. Eventuell. Äh. Von hier hinten. Hehehe. Na, na, na. Na komm, mach nicht albern. So, komm mal hier hoch. Genau. Wo ist denn der da? Okay. Ich schleiche mich mal von hinten ran. Von hier vielleicht. Habe ich den? Aber so habe ich den irgendwie nicht so richtig im Target, ne? Mach mal weg. So, habe ich dich... Geht der weg? Ne, der steht da, ne? Da ist er. Oh, oh, jetzt hat er mich entdeckt. Ah, jetzt hat er mich entdeckt. Kurzpeak, auf ihn. Kurzpeak, ein letztes Mal. Rette mein Leben. Wow, jetzt schmeißen wir hier Zeug nach mir. Das ist ja wieder frech. Na, 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 na. Benem. Benem. Och, jetzt kann ich das nicht nochmal machen. Ah ja, ich hab die Sau. Oh, was ist meine Klamotten? Äh, äh. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Zum Abschluss hat er mir die Klamotten vom Leib gerissen. Das ist ja wohl. Also, 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 äh, äh. Was? Och, das ist ja ganz da hinten. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst, oder? Ernst ist jetzt fünf Jahre alt. Was ist denn das hier? Da ist doch ein Flugpunkt. Äh, äh, Uferposten. Das ist ja frech, ey. Ähm. Gut, hier lang. Nein, bleib doch nicht stehen, du dusselige Nuss. Der hat mir die Klamotten vom Leib geruppt. Das ist doch unfassbar. Ua, ha, ha. Ich sollte auf den Weg. Nein, 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 nein. Nichts klaffende Wunden. Ey, lass mich bloß nicht sterben jetzt hier. Klaffende Wunden, Alter. Der reißt mir die Klamotten vom Leib. Donnerwetter. So, wartet's mal ab. Momente mal. Momente mal, Freunde der Nacht. Ich hab hier noch ne Rechnung offen. Mit ihm hier. Ne? Ähm, so. Intelligenz. Wo hab ich denn noch mal hier? Gegrillter Schlucker. Du Windrock, du gehst jetzt besser aus dem Weg. Der Gutzpick und ich. Wir haben hier noch ne Rechnung offen. Mit diesen Dingen da hinten. Der hat mich nämlich umgemacht. Und das werde ich mir nicht gefallen lassen. So, wie weit kann ich denn... Ah, ja, bis hier. Okay. So, du, mein Freund. Du hast mich geärgert. So. Das lasse ich mir nicht gefallen. Du hast doch nie ehrlich geglaubt. Ich vergesse, was du mir angetan hast. Hast du nicht echt geglaubt, oder? Ja, aber brauchst du doch nicht gar nicht so gucken mit deinen zwei Köppen. Ne, brauchst du mich auch gar nicht versuchen zu verbrennen. Alter, der versucht mich zu verbrennen. Das ist aber jetzt grad nicht gut. Wow. Gutzpick. Alter, der macht mich um. Der macht mich um. Der macht mich um. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Ah. Scheiße. Eih, ja, Mann. Ey, mit seinem scheiß Bodenfeuer ist das. Das ist doch nicht die Möglichkeit. Du verdammtes, doofes, drecksmistiges Mistvieh. Jetzt kriege ich aber noch voll Agro hier Alter, das lasse ich mir nicht bieten Da kann ich wohl knicken Mann, das ist doch nicht die Möglichkeit Hör mal, mach mich fertig, ey Dabei will ich, ich will doch nur meine Rache Sonst will ich doch hier gar nichts Na, what's up, ey, du Heini Da liegt schon wieder meine Leiche rum Hey, so, lasst mich mal scharf nachdenken Das war der Abyssal Aber der bleibt dann wahrscheinlich jetzt auch für ewig Und kommt nicht zusätzlich Oder? Oder wie, oder was? Hör mal die Terrorwache raus Ich will jetzt meine Rache Ist mir scheißegal Was machst denn du? Achso Ich mach sowas hier Mhm 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 Das hätte ich noch im Angebot Den, äh, leeren Fürsten Der würde vielleicht Vielleicht Sinn machen Na ja, was hattest du? Verspottetes Ziel Äh, quält die Seele Ähm, wollen wir den mal probieren Also zur Not versuche ich es nochmal mit dem Verwüster Mit, äh, mit dem Verwüster Ach, jetzt habe ich hier gleich kein Bufffood mehr, ey Ja, lecko mir der LaPupo Ich bin jetzt meine Rache Muss doch möglich sein Versuchen wir es mal Wie war dein Name? Akazion Aha, Akazion Okay, du bist doch total entspannt und ausgeruht, ne? Das wird doch wohl irgendwie, äh, kritische Trefferchance Ja Okay, äh, Akazion, go Go, baby Und los geht's So, jetzt lassen wir ihn mal ganz kurz Ach, er hat ihn schon im Target Okay Ja, das ist dieses scheiß Bodenfeuer Da sollte ich ein bisschen wegbladen von Soweit das irgendwie geht Das, äh, wird der Goodspick mir schwer übel nehmen Dass ich jetzt hier, äh, mir anderweitig Hilfe, äh, besorgt habe Aber, hey Das, äh, muss er jetzt einsehen Ich will meine Rache Da ist jetzt Schluss mit lustig hier Und die kriege ich jetzt auch Na, sag ich ja Ich, oh Ach, Beweglichkeit Ich weiß schon, dass der, äh, Lea Wandler, ne? Dass der zum Tenken da ist Ist mir schon klar Aber, wisst ihr, so ist das eben, ne? Ich, ich hänge an meinem Wichtel und so Und deswegen spiele ich auch mit dem Wichtel Und der wäre sonst auch wirklich, wirklich böse Wenn ich den hier irgendwie ersetzen würde Obwohl der natürlich auch sehr cool ist Na, ganz ehrlich Aber, äh, okay Äh, ich danke dir, äh, äh, äh Akazion Ich kann ja nicht mal deinen Namen aussprechen Du hast mir treue Dienste geleistet Vielen Dank Darfst wieder zurück in die Tasche Wunderbar Ja, gut, Spick Es, es sollte halt nicht sein mit dir Und diesem komischen, komischen, äh, Viech Äh, wir wollten aber eigentlich nach da hinten, ne? Oh Mann, oh Mann So, wir wollten nach da irgendwo Ja, ja, das, das passt hier Irgendwie Eventuell mal da auf den Weg vielleicht drauf Äh, was? Ich hab was entdeckt Oh, ich hab die Allianz entdeckt Das, äh, find ich nicht so gut Wo muss ich denn hin? Ja, ich muss, äh, eigentlich da irgendwie runter Da ist ein Briefkasten Achso, bei der Allianz Na klar Klar, die Allianz kann sich auch Briefkästen leisten, ne? Nicht nur bei der Horde Auch bei der Allianz Kann denn jetzt mal hier langsam Dieses hellblaue Ding hier verschwinden Das macht mich ganz rabbelig Ey, das macht mich rabbelig Äh, wo ist'n? Ich muss mehr nach da hinten irgendwie Aha Okay, dann, ähm Preschen wir mal hier durch vielleicht Ach, das war die Scheißgegend Verdammt Au Au, ey, hier, ich werd angegriffen Ich bin hier der Kommandant Könnt ihr mich mal Könnt ihr mich mal verteidigen, bitte? Möchte ich nur hier durch? Donnerwetter Okay Nein Hört ihr auf, mit Fackeln zu schmeißen Hier, Krieger der Horde Was soll denn das? Müssen die mich nicht verteidigen? Haben die nicht irgendwie Ein Eid mit ihrem Leben drauf geschworen? Ein Eid drauf geschworen, mit ihrem Leben besiegelt? Irgendwie sowas? Äh, äh, Uferposten Ach Gott, der ist da unten Äh, ja Warte Da geht's runter Mann Keiner hört hier auf mich Was hab ich hier gekämpft? Und dann werd ich angegriffen und noch nicht mal verteidigt Das ist ne Frechheit So, Kind Hab ich gemacht Danke, dass du den Kommandanten geschickt hast Jo Kein Ding Äh, so Was haben wir denn jetzt noch? Oh, hier macht's irgendwo Herzchen Ah, nein, ich wollte die Herzchen sehen Wo waren die? Kling, kling, kling Hier zwischen euch Knutsch, knutsch Oder wie? L'amour Toujours Oder was habt ihr beide? Jo, anscheinend So, da haben wir jetzt auch noch irgendwas Jo, das haben wir erledigt Ach, da hinten ist mir eigentlich zu weit Na gut Ihr Lieben Ich würde sagen Das war's Wir haben Stufe 100 erreicht Äh, die beiden sind total verknallt Anscheinend hier Da hat's eben Herzchen, bling, bling gemacht und so Und ich denke, äh Das ist das, äh, richtige Ende So kann man sich verabschieden Die Einstellung gefällt mir aber nicht Komm mal hier her Gutspick Komm mal hier, äh, komm mal hier zu mir So, wir drehen uns mal so Du kannst auch gerne ein bisschen näher an mich rankommen Oh, nein, das wollte ich nicht Das wollte ich Ein bisschen näher an mich rankommen Gutspick und in die Kamera schauen Ach, der Wichtel ist be- Oh, der ist beleidigt Der ist beleidigt, weil ich den Leerwandler rausgeholt habe Seht ihr? Hab ich's euch nicht gesagt? War mir so klar, okay Jetzt wird's Zeit, dass ich ihn hier in den Urlaub schicke, ne? Also, das war World of Warcraft Warlords of Draenor Hexestufe 90 bis 100 mit Trin Mit mir und mit Trin, mit ihr Und natürlich mit, äh, Gutspick Ich hoffe, es hat euch gefallen Ich sage Dankeschön Für die, äh, lieben Kommentare Und für die Likes Und, und alles drum und dran Es hat wieder viel Spaß gemacht mit euch Ich hoffe, euch hat's auch Spaß gemacht Und dann, ja, hoffe ich stark Wir sehen uns beim nächsten WoW Irgendwas wieder Oder gerne auch in einem meiner anderen Let's Plays Bis, ja, und das war's Bis dahin, eure Trin Unser Vertrauen in euch War gerechtfertigt Ihr und die Armeen, die euch folgen Sind jetzt unsere mächtigste Waffe Gegen die eiserne Horde Führt uns zum Sieg Ich, General Und dann, ja, und das war's Bis, 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 ja, und das war's